Hallo. Hi. What gate? So. Ja. Heute wird ein bisschen umgebaut. Ups. Stopp. So. 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 Hmm. Sous-titrage ST' 501 Soooo Oh Oh. He he. So. Hey ho. What gate? So. Ich hab das Foto gesehen. Der sieht ja mal verboten aus. Ich will auch haben. He. Warte. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wenn ich mir überlege, dass du bei All the Mods in der Anfangsphase bei einem Feld drei FPS hast. Ne? Also. Ja. So. Wo war denn das? Hier. Das finde ich geil. Hier unten hast du noch eine super Option, um weitere Lüfter einzubringen, um vielleicht ein bisschen noch einen Push zu machen, damit das hier in die Lüfterbasis reingeht. und hier oben hättest du sogar noch zusätzlichen Platz, noch weitere einzubringen. Das finde ich auch cool. Ja. Ja. Warte ab. Euse Mods kriegt es hin. Ich glaube, das Kabel hier, das würde mich abfangen, weil es so lang ist. Da weiß ich nicht, ob ich es jetzt hier hinten reinfügen würde oder hier ein bisschen unter der Grafikkarte lang. Aber sonst sieht das Teil echt geil aus. Ich finde auch den Lüfter cool. Ich muss mal gucken, ob ich meinen irgendeinen. Ich glaube, direkt in der Einstellung davon. Das ist mein alter PC. Der neue ist also alt in dem Sinne, ich habe das alles umgebaut und alle Lüfter sind ausgetauscht worden durch komplett Silent Lüfter. Aber wenn ich meinen Schreibtisch endlich irgendwann mal bauen werde, dann werde ich den auch auf den Tisch draufstellen und dann würde ich da auch eher so ein bisschen mit Beleuchtung arbeiten und so weiter. bei denen hast du ja jetzt auch auf dem Tisch stehen, ne? Oder willst du da hinstellen? Nehme ich an. Ja, da würde ich das genauso machen. Also dann würde ich irgendwas, äh, dann hätte ich mir auch ein anderes Gehäuse ausgesucht, als ich jetzt aktuell habe. Dann würde ich auch so eher so Präsentation und was ich cool finde ist die Tatsache, dass das Gehäuse hin, nach hinten hin noch weit tiefer ist, wo das Netzteil drinnen versteckt ist und das ist eine coole Option. Aber, nochmal, Glückwunsch zu dem geilen PC. Ich hoffe, dass du viel Spaß damit haben wirst und ordentlich, äh, zocken wirst. Äh, nee, so, so, so. Ähm, warte, hast du schon The Witcher gespielt? Witcher 3? Hast, du hast wahrscheinlich die Save Games davon noch, ne? Du musst dich in Toussaint stellen. Also, jetzt ohne Flux, das sieht, wenn du die Grafe, dieser Unterschied zwischen, äh, alten PC und neuem PC, das musst du, mach, lad dir das Spiel runter, stell dich irgendwo in Toussaint hin, wo es cool aussieht, bei deiner jetzigen Grafik und dann mit dem neuen PC, das ist absolut geil. Und was ich auch noch empfehlen kann ist, einfach nur um das Ego zu streicheln, ähm, von 3D Mark gibt es, äh, im Shop, kannst du dir hier unten irgendwo eine Demo runterladen, die wird bei mir jetzt gerade nicht angezeigt, aber du kannst dir hier, irgendwo eine Demo runterladen, ah, hier, direkt straight up und dann kannst du einen 3D-Test machen, das würde ich auch noch den Unterschied zwischen neu und alt, ne, alt und neu, das auf jeden Fall machen, das ist fürs Ego richtig geil, kann ich nur empfehlen. Ok. so wie viele meshes gibt es denn 2 3 4 5 6 ok so so Das war's. And then dust. Pazerwreck. Deepslate. And stone. Blackstone. Oh god. Oh god. Untertitelung. BR 2018 Okay, das funktioniert sogar sauber. Untertitelung. BR 2018 So, wir haben Hasaried, Diamant, Gold. Iron, Flint. String. So... So, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben. Was brauchen wir nicht so? Das wäre interessant. Gravel, Red Sand, weiß ich nicht. Blackstone, Endstone. Reserac, Dust, Deep Slate, Sand und Dirt. Eher weniger. Okay. Oh. X. Böööö Bööö Als molden Bööö Ob wurde machen jetzt hier die upgrade farm die will ich so durcharbeiten so dann kommt hier auf diese seite die filter einheit alas was geht oh mein gott sind das wirklich non-stackable es sind non-stackable items ja sechs So, die noch viel. So, auf jeden, dann kommst du echt gut voran. So, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall. So, das Problem kenne ich. So, auf jeden Fall. 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 So, cool. Wohl. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ah. Oh. 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 Echt Idiot. 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 Echtidi. Echt Idiot. Echt Idiot. Echtidi. Echt Idiot. Echt Idiot. Echt Idiot. Echt Idiot. Echtidi. Echt Idiot. Echtidi. 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 Echtidi.